Die Mamba Keine Bewegung Wer sind sie? Ich bin die Mamba und du bist tot Ich bin die Mamba und du bist tot Ich habe einen neuen Auftrag für dich Eine so strengke Chememission Dass der Auftraggeber die zwei gefährlichsten Terroristen anheuern will Einer davon bist du Der andere ist Die Mamba Die Mamba Aus Stahl Ich bin international gesuchter Geheimagent und Auftragskiller Sie leiden unter Wahnvorstellung? Nein, das glaube ich nicht Aus Wien Hussein Saribi, ich bin der Leiter von ihrer Soundabteil Stahl ist wie normales Keks, aber ist kein normales Keks Denn ich habe beigemischt Kieselsaures Calcium mit Sulfat Semen Aus der Tau Sir! Ich kann erfahren Ich bin vom CIA Amerikanischer Geheimdienst Schon mal gehört? Ja Das ist die Adresse Gut merken Jetzt, ich habe mir die Adresse nicht gemeldet Können sie noch einmal aufschreiben für mich? Es hat so schnell gebrannt Ihre Kontaktfrau wird sie sicher nach Casablanca bringen Oh, Italien, sehr schön Ungläubige Spürt meinen Zorn und fürchtet bei der Wache Bist du Mädchen oder bist du schwul? Hä? Ich werde Gottes Schwertein und seine Flamme Ich habe Blähungen und einen kleinen Schwanz Ha 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 Ich bin verheiratet Ich habe eine Frau Ha 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 Ich habe eine schreckliche Frau Was ist eigentlich mit deinem Akzent passiert? Ich spreche doch ganz normalen, basischen Akzent Hä? Ja, aber das klingt doch sackerisch-versisch, was ich da red, oder? Wir beide Unsere besten Stücke abschussbereit in den Hetzerma Die Mamba Gefährlich-lustig Wir beide Unsere stahlharten Dinger in den Schistfäusten Fäusten